Willkommen zurück zu GTA Online Folge 14. Ganz spontan nochmal hinten dran gehangen. Hab gedacht, ich hab Zeit, da kann ich doch das tun. Wir machen nochmal den Außenlooping. Das überspringen wir, das kennen wir ja schon. Wir sind ja eine Pissnelke. Das kann ja lustig werden mit mir hier. So, dann probieren wir das doch mal. Sollte ja möglich sein. Oh, das ging gut, das ging gut, das ging gut. Hä? Hey, ich hab das geschafft. Hey, ich hab das geschafft. Ich hab das geschafft. Seid ihr für Drecksspiel? Scheiß Mist. Hallo, ich hab das geschafft. Ich schaff's grad nochmal. Boah, ist das mies. Hat man's schon mal geschafft? Dann wird's einem nicht... Ach. Das ist ja scheiße. Da muss man eben jetzt einen Gequatsch immer wieder anhören. Und dann immer von hier starten. Das ist ja auch kacke. Ich hatte es doch. Hey, Mann. Okay, das lassen wir mal. Innenansicht ist nicht so geil. Außenlooping ist ja... Oder, 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 oder. Er meinte ja so rum. Genau so. Gut, wir haben's. Wieso hab ich jetzt Abzug bekommen? Hä? Nochmal ein. Nochmal ein. Ähm, hä? Was soll man denn... Ich versteh's grad nicht. Ehrlich gesagt. Das ist ja... Gnarrf. Es macht sehr viel Spaß. Ja. Da ist, wie gesagt... Wenn ich dich nach dem Lachen... ...dolle, du siehst, ...dolle, schblie, ...dolle, schläg dich nach dem Markt... ... und gängst du... ...altitude. Ich kann nicht so viel sagen... ... dass du das genug hast... ... oder dein Lachen... ...l 판ierer wird... ...lopst in der Lachen. Und du siehst, schlägst... Wenn du spirale... ...lösst, ich nicht schläge dich auf den Boden. Auf meine markte. ...warte die Flasche, ...warte und mach es. Berecht? So, probieren wir es nochmal. Oh, der war knapp. Was sollen wir denn tun jetzt? Ich kapiere es wieder nicht. Ehrlich gesagt. Soll ich nochmal einen machen, oder was? Was soll man denn tun? Ich kapiere es nicht. Was macht er denn? Das sind ja wieder so Sachen, wo ich überhaupt nicht weiter weiß. Das ist, äh... Na. Ich verstehe es gerade nicht. Was soll man denn da jetzt tun? Was soll denn Außenlooping machen? Oder soll ich denn schon... Ich glaube, ich verstehe. Ich sollte nicht um die Brücke rummachen. Okay, jetzt weiß ich es, glaube ich. Jetzt weiß ich, was er will von mir. Jetzt habe ich es verstanden. Ich muss da auch mal erstmal drauf kommen. Okay, jetzt weiß ich es. Nein. Ich habe es gar nicht. Ich kann es gut sagen. Ich... Ich bin es noch auf dem Schlaf. Ich... Ich bin es noch auf dem Schlaf. Ich... Das ist noch auf dem Schlaf. machen. Das macht ja Sinn. Oh, das ging sogar. Warum macht er denn das jetzt nicht? Oh. Da kriege ich einen zu viel. Kriegen wir halt keine Bestzeit. Ist mir jetzt eigentlich auch egal. Ist doch dumm. Warum zählt er das denn nicht? Alter. Ich kapier's gerade echt nicht. Was will denn der jetzt? Ich soll das jetzt um die Brücke machen. Und dann? Hä? Hä? Verstehst du nicht, was die von mir wollen? Oder wie? Oder was? 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 Wer gibt ihm den Flugzeug in der Waagerechten zurück zur Brückenmarke, um es nochmal zu versuchen? Was soll ich denn nochmal versuchen? Was, was, was will er denn? Ich soll doch ein Looping machen. Guck mal, was ich kann. Was? Äh, ist, äh, hä? Ich kapier's nicht. Ich kapier es nicht. Den ersten Teil hab ich kapiert, aber den zweiten, der geht mir einfach nicht in den Kopf. Jetzt hat er ihn. Ich glaub, wenn ich das jetzt hier schon verkack, dann kann ich es schon vergessen. Was soll ich denn jetzt hier tun? Ich raste gleich aus. Was soll ich denn hier tun? Nee, da bin ich jetzt viel zu blöd dafür. Ja, ich weiß, du denkst ganz genau, du bist zu blöd dafür. Ich verstehe es aber nicht. Was will der von mir? Ach, soll von der Seite machen, oder was? Jetzt hat er ihn wieder nicht gemacht. Jetzt ging's. Okay, last try. Dann bin ich nämlich fertig für heute. Dann hab ich keine Lust mehr. Und ich will diese scheiß... Ach. Ich will diese blöde Textstelle da weg haben. Die nervt. Ich will diese Armee prüfen für euch, Dually. Fly your jet-jet toward the marker und gaine altitude. Ich kann's nicht sagen, das ist genug. Du musst aufhören. Du musst aufhören. Du kannst aufhören. Du kannst aufhören. Du kannst aufhören. Du kannst aufhören. Wenn du Spiral aufhören. Ich werde dich nicht aufhören. 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 Du kannst aufhören. Und aufhören. Du kannst es aufhören. Ready? You can level it out now. Hey, kid idiot. It ain't as dumb as you look. Sound or smell. Now try a second outside loop. Pass it under the bridge. Right there. Go. Outside loop. Taking you under the bridge. Endlich. Boah. Endlich. Gott sei Dank. Und auch noch Gold. Oh mein Gott. Wir hätten die ganze Zeit das Ding einfach gerade halten müssen. Aber... Ist das belastend. Ich hab's von Anfang an auch falsch gemacht. Aber mir kommt gut Geld. Das find ich gut. Boah. Okay, das machen wir noch und dann machen wir Feierabend. Okay, wir müssen das Flugzeug da landen. So, das sollte ja machbar sein. Ich weiß nicht, wie sich das Flugzeug verhält im Auslaufen. Das weiß ich nicht. You need to make sure you've got enough speed to take you to the end of the runway. So, ich hab genug Speed. Oh, drüber hinaus. Nein. Ah, schade. Ich würde das nicht nennen. Du könntest du näher zu den Target. Bomstar. Naja, gut. Wir haben es zumindest gleich hingekriegt. Ich hab's wieder gut gemacht. Möchte ich mal behaupten. Ich glaub, das kriegen wir auch noch in Gold hin, oder? Dann bekommen wir zumindest mehr Kohle. Hm? Können wir das machen? Ich glaub, das können wir nochmal machen. Was machen wir nochmal? Jetzt weiß ich ja, wie sich das Ding verhält. Ich hab's nicht gemeldet. So. Fahrer, hier können wir schon ausfahren. Das sollte jetzt aber hinhauen. Musterlandung. So. Wenn das nicht perfekt ist, dann weiß ich auch nicht. Gut. Dann haben wir das auch noch in Gold. Sehr schön. Das war ja auch ein bisschen easy. So. Schön. Dann würde ich sagen, war's das auch für diese Folge. Wünsch ich euch viel Spaß im Endscreen. Tschö. Tschö. Tschö.